moin leute was geht hier ist wieder der geist heute in diesem video zeige ich euch wie ihr die herausforderung lösen könnt in der ihr zehn sekunden tanzen müsst bei seyacht oder apres ski ihr wisst bestimmt alle schon was mit seyacht gemeint ist leute da fliege ich jetzt nicht extra hin bei seyacht ist einfach ihr geht auf den schiff und da ist ja diese tanzfläche unten dort müsst ihr einfach zehn sekunden tanzen ich zeige euch jetzt was mit apres ski gemeint ist wo diese location ist ja let's go so leute ich fliege gerade nach apres ski das ist wie ihr sehen könnt in der nähe von misty meadows ich mag es euch auf der karte leute so genau hier unten ist das dieses kleine gebäude oder fliegt schon jemand mit alles was ihr dann tun müssen leute ihr fliegt auf dieses gebäude zu wenn ihr dann drin seid geht ihr rein und ich sehe von hier auch schon die tanzfläche genau da sind auch schon die gegner drin so leute einfach reingehen und tanzen natürlich hat der jetzt auge gemacht leute aber naja ich hätte es auch ganz einfacher machen können bei seyacht war das ist unsere seite ich wollte euch nur die location zeigen ich hoffe euch hat das video gefallen heute ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen falls ja dann lass doch ein like da schreibt mir die kommentare und für alle die bei den livestreams dabei sein wollt ihr könnt mir kostenlos ein follow auf twitch da lassen link ist in der video beschreibung ciao und bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal